Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem Rollenspiel-Klassiker, zu einem der bisher, soweit ich weiß und mich auskenne, auch besten oder als eines der besten gehandelten Rollenspiele zu Gothic. Und kurz vorweg, ich werde nicht nur den ersten Teil spielen, sondern auch den zweiten inklusive Erweiterung. Und den dritten tue ich mir aber glaube ich nicht an. So, ich habe zwischendurch schon mal ein bisschen gespielt. Eine ganze Weile sogar, fast drei Stunden, um die Einstellung ein bisschen, also vor allem die Steuerung, ein bisschen nahe zu bringen. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, aber ich will es auch gar nicht groß labern. Los geht's. Nach dem Intro, ja, im Intro erfährt man schon ein bisschen was darüber, wo es in dem Spiel geht. Und danach werde ich noch ein bisschen was erklären. Aber jetzt erstmal das Intro. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen. Aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robas II., Träger des Zepters von Varand, Vereiniger der Vierreiche am Myrtard. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Er spart mir den Rest von seinem Gefarsel. Du warst... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Und damit willkommen in der Riera. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vor hast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu retten. Also, wie sieht's aus? Ähm, okay. Ich werde erstmal so ein bisschen die Gesprächsoptionen durchgehen. Äh, ich sollte vielleicht nicht verraten, dass ich den Brief für den obersten Feuermagier hab, nachdem da gerade drei Typen mich verprügelt haben. Warum... warum soll ich dir eigentlich vertrauen? Warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brullett und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullett und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird für eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Okay. Wo ist denn dieser Typ jetzt, der mich verprügelt hat? Vielleicht will ich mich ja irgendwann an ihm doch rächen. Wo ist dieser Bullett jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Bullett. Muss ich mir merken. Okay. Was kannst du denn noch so erzählen? Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sicherer Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, zieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Da habe ich zwei Mal nach oben gedrückt. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst vom Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Äh, ich will nicht wissen. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Ich möchte nicht wissen, wie ich mich dem alten Lager anschließen kann, weil ich plane, mich einem anderen Lager anzuschließen. Ich habe Gothic vor einigen Jahren, bestimmt schon zehn, nicht als es frisch rauskam, aber ich glaube, als der Zweier rauskam, habe ich mir den Einser geholt. Ähm, und da habe ich damals mit dem alten Lager gespielt. Das war allerdings so ein bisschen... Äh, Moment, da ist die Barriere. Da will ich nicht hin. Weil, wenn man aus der Barriere versucht, rauszugehen, dann stirbt man einfach. Genau, und das Sumpflager, das ist voll mit Spinnern, die den ganzen Tag nur Gras rauchen und zu nichts zu gebrauchen sind. Und deswegen bleibt eigentlich nur ein Lager übrig, dem ich mich wirklich anschließen möchte. Und das ist das neue Lager. Allerdings wird es ein bisschen hart sein, sich im neuen Lager zu beweisen. Deswegen wird das Ganze wahrscheinlich erstmal ein paar Folgen mehr oder weniger noch Einführung sein. Was findet das hier für Gestalten, Eingartist? Mit generischen Namen lohnt es sich meistens nicht zu sprechen. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Und wie man sieht, das alte und das neue Lager, die verstehen sich nicht so toll. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja. Ja, hab ich. Gut. Dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Läden brauchen. Dafür kooperiert ihr, so blöd ihr seid, mit den Leuten, die euch reingeworfen haben. Und stärkt sie damit. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Das ist der andere Grund, nicht ins alte Lager zu gehen. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Oder mich an einem anderen Lager anschließen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Genau, das ist nämlich ein weiteres Problem des alten Lagers. Es gibt eine strikte Hierarchie. Im neuen Lager dagegen ist jeder erstmal... ...ja, nicht unbedingt gleich viel wert, aber... Da geht es mehr darum, was die einzelnen Menschen, die einzelnen Leute wirklich können und beitragen. Und im alten Lager geht es letzten Endes darum, Leuten einen Gefallen zu tun. Vor anderen Leuten gut auszusehen. Keinen Mist zu machen. Also, das ganze Übliche, was man so kennt, wenn man in einer Bürokratie zum Beispiel an die Spitze kommen will. Da zählt auch nicht unbedingt die Leistungen, sondern eher Vitamin B. Und so nett oder so friedlich es im alten Lager gerade auch für Neulinge sein sollte... Ich würde da nur ungern hin. Es gibt hier Geld, wie man gerade gesehen hat. Das ist das hier, Münzen. Allerdings sind die in Gothic 1 nichts wert. Das ist die Währung der Außenwelt. Und... Naja, das Geld der Außenwelt ist hier halt einfach nichts wert. Das Geld, das man hier in Gothic 1 innerhalb der Barriere benutzt... ...das ist das Erz, von dem die ganze Zeit die Rede war. Das ist magisches Erz. Damit kann man magische Waffen schmieden und so. Und letzten Endes ist das die einzige Ware... Hier auch wieder in den Ernst bocken. Die einzige Ware, die hier im Lager zählt. Abgesehen natürlich von Alkohol und Bier. Wird mehr als einmal vorkommen, dass Leute für den Gefallen irgendwie einen Schluck zu trinken wollen oder ein Bier. Man kann, äh... Ich zeig das gerade mal. Wenn man eine Fackel anzündet und liegen lässt... Na? Was passiert jetzt, wenn ich die Waffe ausrüste? Achso, dann fällt die Fackel hin. Hm, okay. Aber man hat gesehen, am Anfang die Fackel, die war... ...so ein bisschen anders. Die war rot glühend vorne. Aber wenn man sie dann mit einer normalen, nicht brennenden Fackel im Inventar benutzt, dann wird sie wieder ausgeschaltet. Das heißt, aus dem Grund sollte man immer mindestens zwei Fackeln dabei haben. Um die alte Fackel wieder gemütlich wegstecken zu können. Es gibt nämlich, soweit ich weiß, keine andere Möglichkeit, eine bereits entzündete Fackel wieder wegzustecken. Und wenn man sie nicht wegstecken kann, dann muss man sie die ganze Zeit in der Hand halten oder liegen lassen. Ersteres ist nervig und letzteres... Naja, wäre ärgerlich. So, ich habe es gerade gezeigt. Es gibt hier zum Beispiel Schwerter. Ich zeige gerade mal kurz den Charakter, das Charakter-Inventar. Ich habe Stufe 0, 40 Erfahrungen. Bei 500 komme ich auf die nächste Stufe. Und bei den Attributen... Das Wichtigste ist Stärke, Geschick. Da habe ich jeweils 10 und 40 Lebensenergie. Rechts in den Talente, da bin ich überall ungeübt und kann eigentlich so ziemlich gar nichts. Magie kann ich auch noch nicht. Schleichen, Akrobatik kann ich auch nicht. Wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt Stärke und Geschick. Davon habe ich jeweils 10. Und Lebensenergie natürlich, das ist 40. Warum ist Stärke und Geschick wichtig? Weil ich hier für dieses rostige Schwert 5 Stärke brauche, um 10 Schaden zu machen. Mit der Spitzhacke dagegen, die braucht genauso viel Stärke, macht aber nur 7 Schaden. Deswegen, abgesehen davon ist eine Zweihandwaffe und damit langsamer als das Schwert. Das heißt, eigentlich sollte sie mehr Schaden machen, damit es sich lohnt, sie zu benutzen als Waffe. Deswegen benutze ich hier das rostige Schwert. So schlecht es sein mag... Da habe ich mich gerade umgeguckt aus Versehen. So schlecht es sein mag, für den Anfang ist es doch gerade die beste Wahl. Hier im Nirgendwo. Und da ist auch schon ein erster Gegner. Ich speichere einfach mal. Und das Ganze nenne ich mal LP1. Und weil die Erfahrung mir gezeigt hat, deswegen gab es auch zwei Testspielstände, sollte man hier mindestens zwei Speicherstände haben, weil manchmal der Speicherstand ein bisschen rumwackt und das Spiel dann nicht mehr laden will. Und wenn der erste dann rumspinnt, dann funktioniert meistens der zweite doch noch nicht. Das Kampfsystem ist relativ simpel. Ich kann nach vorne schlagen, ich kann nach links schlagen und ich kann nach rechts schlagen. Wenn ich nach vorne schlage, mache ich einen Schritt nach vorne. Ansonsten kann ich auch einfach den hier machen. Beim Schlag nach vorne, aber wie gesagt, mache ich einen Schritt nach vorne. Und ich drehe mich auch in die Richtung des Gegners, falls er sich irgendwie um mich herum bewegt haben sollte. Das passiert mit dem Links-Rechts-Schlag, soweit ich weiß nicht. Ich zeige das gerade mal. Ah ja, okay, doch. Alles klar. Also der Nach-Vorne-Schlag ist ein bisschen mächtiger, weil man dem Gegner entgegenkommt. Dafür kann man den Links-Rechts-Schlag halt relativ gut abwechseln und damit mehr Schaden pro Zeit machen. Allerdings halt auch nur, solange der Gegner direkt vor einem steht. So, das da drüben, was man da sieht, diese Gebäude mit den roten Dächern und den Spitzen da oben, das ist das alte Lager. Und hier rechts gibt es eine Seraphis-Pflanze und ein Orkblatt. Und es gibt hier in Gothic, in der ganzen Welt, überall so Dinge, die rumliegen. Vorhin habe ich auch schon Waldbeeren aufgesammelt oder das Schwert oder die Spitzhacke. Oder die Fleischwanze, die rumlief. Die müsste man halt zuerst besiegen. Und dann kann man die Dinge abnehmen, so wie anderen Tieren auch. Und es lohnt sich normalerweise eigentlich immer, oder auch das Bier oder der Reißchnapps, es lohnt sich üblicherweise die Sachen mitzunehmen. Weil das Fleisch zum Beispiel von den Tieren, das hat einerseits den Wert, ich kann es verkaufen, andererseits gibt es mir 10 Lebensenergie zurück. Die Seraphis von gerade eben, die gibt mir 14 Lebensenergie zurück und das Orkblatt sogar, 26. Gerade bei den stärkeren Pflanzen werde ich allerdings aufpassen, dass ich die nicht wirklich sehr benutze, weil man die später noch als Zutaten für Rezepte braucht. Für Heiltränke und dergleichen. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weiter gehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Und, ähm, na, mal gucken. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben ne Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. Nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Das, was er gerade erwähnt hat, vor allem nachts. Gothic hat ein Tag-Nacht-System. Und unabhängig von der Uhrzeit sind verschiedene NPCs, inklusive auch Monster, aber auch die Menschen in den Lagern zum Teil, an verschiedenen Orten anzutreffen oder eben auch nicht. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrek. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist da auch was dran. In den neuen Lager sind die Preise ein bisschen niedriger. Hm, ich überlege gerade. Könnte ich ins neue Lager gehen, die ganzen Sachen billig kaufen und dann im alten Lager teuer verkaufen? Ich glaube nicht. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Hm, aber warum denn? Er verkauft sie schon, ist eine blöde Frage. Natürlich. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Laris, gut zu wissen. Die Kleidung, die er da anhat, die ist auch typisch fürs neue Lager. So diese blau-grau-Töne. Die aus dem alten Lager, die sind mehr in Rot und Schwarz gekleidet. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Müsste ich aber wieder dabei. Ich werde es mir merken. Und der da? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Genau. Bier. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Wie schon erwähnt. Manchmal macht Bier die Leute einfach rätselig. So nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Eine wunderbare Erklärung. Aber dieser Typ, der kann mir Dinge beibringen, die ich gerne wissen... Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit ihr tauschen. Und genau das will ich können, weil... Früher oder später werde ich Gegnern begegnen, die irgendwas von den Dingern haben. Und das Problem ist, wenn ich sie erlege, ohne die Fähigkeit zu haben und danach die Fähigkeit lerne, haben sie das trotzdem nicht dabei. Also es wird im Moment des Todes quasi berechnet, was ich denen alles abnehmen kann. Und deswegen lohnt es sich, diese Dinge möglichst früh zu lernen, damit ich möglichst viel Tauschmaterial habe, um mit den Händlern im Spiel zu handeln. Allerdings habe ich gerade keine 100 oder auch nur 50 Erz und wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch 0 Lernpunkte. Genau. Das ist die fünfte Zeile von oben auf der linken Seite. Ich habe 0 Lernpunkte. Man kriegt jede Stufe, glaube ich, 10 Lernpunkte dazu. So ist es. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, wie gesagt, kann ich mir gerade noch nicht leisten. In Summe waren es, glaube ich, 300 Erz. 2x100, 1x100, 2x50 macht in Summe 100. 300, blödsinn. Und 4 Lernpunkte. Also ich müsste erst mal ein Level aufsteigen. Und 300 Erz besorgen. Andererseits kann ich mir für 300 Erz schon eine ziemlich gute Waffe kaufen für den Anfang. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge ich das tun werde. Ah, verdammt, da hat er mich jetzt zuerst getroffen. Na, geht doch. Das ist das, was passiert, wenn man nicht zuerst trifft. Man wird nämlich, wie in vielen anderen Spielen, auch kurz geblockt oder blockiert und kann nichts tun, nachdem man getroffen wurde. Und das ist halt blöd, weil man da nicht direkt zurückschlagen kann. 16 von 40 Lebenspunkten. Das heißt, mir fehlen gerade 24. Aber ist egal, im alten Lager kann ich mich heilen. Ich möchte kurz mit der Brückenwache sprechen. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Ja, was sonst? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Sehr schön. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Das war jetzt nicht so hilfreich. Es gibt einen netten kleinen Bug, wenn man springt und dann über eine Kante drüber hüpft. Dann wird man auch umteleportiert. Ich mag diesen Bug. Er bringt zwar nicht wirklich was, aber ich finde, das sieht einfach lustig aus. Genau, es gibt hier in der Nähe ein paar leicht zu erledigende Gegner. Die werde ich mir, wenn ich das nächste Mal hier rauskomme, vorknöpfen. Aber jetzt gerade möchte ich gerne meine Lebensenergie verschonen und ins Lager reingehen. Genau, und das werde ich dann in der nächsten Folge tun. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt dran an diesem Spiel. Es wird relativ lange dauern, aber ich kann versprechen, das Spiel ist ziemlich gut. Und es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Also dann, bis zum nächsten Mal.